Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Meatball 2 im Krankenhaus. Level 4 Blue ohne große Vorbote geht es hier auch direkt los und auf geht's. So, hier hoch und verkackt. So gehört es jetzt. Wunderbarer Einstand zum neuen Tag. Möchte man da mal anmerken und nochmal verkackt. Komm schon, im letzten Tag war ich nicht so schlecht, dass ich jetzt hier so abkacken müsste. Dankeschön. Level complete. Allerdings will ich mal kurz Back to Map und noch was nachschauen, denn es kommt mir gerade zu laut vor. Ich bin mit dem Ton alles ok. Ok, wenn du stimmst, drücke ich das ganze beim Headset ein wenig runter. So, seht ihr nochmal einen wunderschönen Anfang aus. So, 5 Big Empty, hört sich nicht so toll an. What the fuck? Auf geht's, Junge. Wie soll ich denn da hinkommen? Also bis jetzt ist mir jetzt noch nicht so ganz erschwinglich, was ich jetzt hier machen soll. Ja, doch, 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 doch. Ich glaube, da muss ich eben besser abspringen, nur ich weiß nicht wie, so vielleicht, ach, das wäre natürlich auch eine Idee. Das reicht noch nicht. Vielleicht noch ein bisschen länger gleite. Ja, dann wird es reichen. So, ich bin hier oben. Ist das lächerlich. Boah. Das ist Welt 2, liebe Entwickler. Übertreibt es doch nicht direkt. Ja, also da darf ich jetzt natürlich nicht auf mit jeder Taktik. Da habe ich jetzt gesehen, dass es geht. Ich lasse mal die falsche Taste los. Ja, 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 ja. A plus. So gehört es schon. Sau, sau, geil. Ich drehe nochmal ein bisschen runter und ein bisschen Ruhe fahren. Ja, 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 ja. So ist es nicht hier. Jetzt bin ich da und da muss ich gar nicht hin. Ja, okay. Okay, okay. Okay, okay, okay. Also das ist eine Brücke. Das ist ja mit den Pumperlern, habe ich noch nicht so ganz raus. Aber es wird bestimmt noch mit der Zeit kommen. So, dann sind wir hier drüber. Sehr gut. Bin durch. Bin ich zufrieden mit. Mehr zufrieden sogar. So, was ist das denn? Glibberschleim an der Wand. Finde ich ja gar nicht mal so geil. Okay. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht töten wird. Okay. Da war auch noch irgendetwas Zeug. Ja, der kommt zurück. Der kommt zurück. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ja, komm, tötet mich. Das muss ich schneller durch. Dann kann ich jetzt nicht alles auf einmal hier durch. Komm, tretich, 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 komm. Okay, man sollte von dem Spiel vielleicht auch Geduld beweisen, merke ich jetzt. Denn ansonsten kommt man hier zu rein. Gar nichts. Das ist unfassbar. Naja, gut. Komm, 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 komm. Oh, rum. Hier rum. Der kommt zurück, wie ich gemerkt habe. Das heißt, wir gehen hier mal kurz vor. Ah, knapp. Dann warte ich jetzt hier wieder, wie der wiederum zurückkommt. Bitte nicht. Oh, Mann. Es tut mir leid, dass ich hier gerade so wenig dazu kommentiere, aber ich bin sprachlich. Ich muss mich hier gerade so extrem konzentrieren darauf. Das hatte ich selten im Spiel, dass ich so... dass ich so versuchen musste, hier mich zu konzentrieren. So. Links rechts, links links hoch. Ich stehe. Ich stehe. Ich fliege zum Sieg. Sehr nice. Da sind wir. 2,8 Grad. Aber jetzt wird es auch noch dunkel. Ja. Ja, ja, ja. Da rüber, da hoch. Boah. Schau. Hm, schön, dass ich vorbeigessprungen bin. Ich glaube gar nicht, wie froh ich jetzt schon bin, dass ich gesagt habe, dass ich keinen hundertprozentig entflägen habe. Boah, geschafft. Schau. Komm schon. Gib ihm. Gib ihm. Das war doch ein Grafikbuck. Ich glaube, ich war schon unten. Alter. Trotzdem ein Platz von binnen. Oh, okay, okay. Das bestelle ich schon. Oh, das war knapp. Das war knapp. Wir warten, wir warten, wir warten. Wir lassen es fallen. Oh. Leider hat es nicht so funktioniert, wie ich es haben wollte. Ja, shit. Irgendwann muss ich dann runtergehen. Ich muss... Jetzt, 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 jetzt. Ah, fuck. Ich muss warten, ich muss Geduld beweisen. Alter. Jetzt hätte es geklappt, aber... Da ich zu früh gesprungen bin, auszusehen, habe ich ihn überflogen, hat sich der anderen Seite nicht mehr hingehauen. Komm, sei keine Geduld. Jetzt rücke ich in die falsche Richtung. Ich pack's nicht. Ich pack's echt nicht. Okay. Ich muss verficken. Ich muss warten. Ich muss relativ flach abspringen. Mach es doch. Dankeschön. Dankeschön. Oh, nein. Wieder A+. Wenn es funktioniert, dann anscheinend aber auch ein paar, drei, vier, fünf. Zehn. Johnnys was? Johnnys Cage. Okay. Ja. Dankeschön. Danke. Und... Das ist noch nicht fertig. Okay, ständig, ständig, ständig. Oh. Okay, jetzt ist Schluss mit Geduld beweisen. Also müssen wir hier das Level doch gerade relativ gut bekommen. Ja. Ist doch easy. Easy, Leute. Easy. Easy. Was ist da los? Ablos. Oh. Bin mir nicht. Ah, hier ist der Schlüssel. Okay, irgendwo wird geschossen. Okay. Da wird also geschossen. Ja. Wie schnell. Oh. Ist jetzt fast geschafft. Oh. 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 Was ist das denn? Oh. 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 Schlech, 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 schlech! Oh! Ja, da komme ich oben drüber durch, ja? Sehr gut! Ich... Ich komme noch nicht so ganz zurecht hier mit dem Springen und wann der Rechts-Links-Wechsel gut wäre. Da rutscht der! Da rutscht der! Dieses Stück Scheiße! Aber das wäre natürlich jetzt auch mal... Ich muss jetzt ein bisschen so ein Trom probieren, Leute, tut mir leid, aber... Äh, jetzt die Frage, was ist wenn ich jetzt hier... und dann komplett wobei das funktioniert? Okay. Ähm... Mehr Verschlüssen. Dankeschön, dass du nicht springst. Okay. Soll ich hier Schwung nehmen? Mehr Schwung nehmen? Schwung... Ja, wieso gibt mir denn keinen Schwung, die Affen? Ach, ich weiß... Jetzt springe ich wieder nicht. Ich hasse mich. Ich weiß es nicht, wie ich das machen soll. Hier erhöhen, dann hier warten. Dankeschön. Wenn ich jetzt hier warte und dann darüber gehe, bin ich aber tot. Sprich, ich muss in einem durch. Ich muss hier so... Oh... Das ist ein wenig mehr. Man hat ja gerade eben gespürt, wenn so ein richtiger Schwung kommt. So flach... So flach... Puh... Puh... Aber... Aber... Wenn ich jetzt hier so gehe, dann bin ich schon mal da oben. Sprich... Ja! Ich bin drüben. Wenn ich jetzt hier... Funktioniert es wieder? Es funktioniert nicht! Ach... Aber von hier funktioniert es! Na okay, ob es dann natürlich jetzt endgültig reichen würde, um hoch zu kommen, das weiß ich nicht. Mal hin, mach mal das jetzt raus. So... Das macht zwar mal den Sam-Fehler. Puh... Ins letzte Loch fall ich rein. Aber okay, neue Taktik... Neue Taktik ist schon da. Die steht schon. Und die bedeutet... Jetzt hier erstmal wieder kommen... Dann... Okay... Das ist Schwachsinn, wenn ich von oben komme, dann loszulassen. Das ist auch Schwachsinn, das habe ich mir schon 15 mal gemacht, diesen Fehler. Wenn ich von oben wieder am runterfallen bin, dann gehe ich los. Jetzt... Zu wenig... Ja? Bitte, sag mir, dass es funktioniert. Bitte, bitte! Ah... Shit! Shit, 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 shit. Dieses Spiel. Was sind wir denn hier? Jetzt... Ah... Ich habe euch kurz verwirrt, was ich jetzt machen soll. Füttern hier durch. Dankeschön. Ich sag's natürlich, unten oder oben? Ich geh jetzt mal oben lang. Rechts, links, rechts, links, hoch, durch, runter. Von oben lang. Rechts lang, rechts lang. Woher soll man das wissen? Woher soll man das bitte wissen? Das ist lächerlich. Das ist mehr als lächerlich. Das ist alles. Das ist alles. Danke schön. Es zieht sich jetzt. Es fängt so an sich schon richtig zu ziehen. Aber es ist nicht schlimm, dass ich hier sowieso warten muss. Ja, da oben ist ein Warpshorn. Na komm. Obwohl... Nö, nö, nö. Jetzt kommt nicht. Jetzt kommt nicht. Es ist wie witzig. Ich guck auf den Falschen. Ja, da wollte ich noch mal Prozessen, um es auch irgendwie möglich ist, dann schneller durchzukommen. Nein. Nein. Warten, 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 warten. Das ist jetzt nicht immer. Probably nicht. Puh, mindestens erstmal gedacht. Puh, geschafft. Und... Fuck, was ist das denn? Hier muss ich sehen. Die Bandage brauche ich nicht. Komplett durchfallen will ich aber auch machen. Der Anfang ist klar. Hier hinspringen, da bleiben. Hier mit ein paar Walljumps hoch. Da oben muss ich mich halten. Das Level ist nicht schwer. Ich glaube die Konzentration lässt sich jetzt schon nach. Oh E++ ist aber sehr sehr cool. Was sagt die Uhr? Die Uhr sagt. Das wissen sie mal. Ich habe es noch geschafft. Da war es noch kurz ruhig und dann funktioniert das auch. Kommt 3 Level. Okay, die geht dauerhaft. Okay. Dann muss ich jetzt hier ein bisschen umplanen. Chill. Eigentlich ganz chill. Push up. Ja, wenn das jetzt die letzten zwei Wochen noch schnell sind. Dann schaffen wir es sogar. Welt 1 und 2 in Part 1 und 2. What the fuck. In Part 1 und 2 zu erwähnen. Das wäre natürlich großartig. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ey plus komm. Komm. Come on. Letztes Level. Von Welt 2. Dann hätten wir Welt 2 tatsächlich geschafft. Das geht schon. Dann muss ich den Walljumpit nehmen. Verpiss dich Junge. So. Sehr gut. Da ist auch drin. Da muss ich durch. Geh mal kurz wieder weg. Danke schön. Jetzt natürlich die Sache. Wo muss ich hin? Ich glaube es nicht. Ich packe es nicht. Es ist geschafft. Unfassbar. Ich hätte nie gedacht das schon mal ansatzweise so gut durch, dass ich ganz hier komme. Und damit haben wir den Boss freigeschalten. Es ist nämlich Chad. Und genau den sehen wir im nächsten Part von Super Meat Boy. Bis dahin. Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Taschen. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Torte, Da.